Ja, gemeldet wurde am Verkehrsunfall angeklemmte Person auf der A28. Gemeldet wurde über das fahrzeuginterne Meldesystem an die Leitstelle. Die ersten Einsatzkräfte sind vor Ort angetroffen, haben dann die Beifahrerin aus dem Fahrzeug geborgen, gerettet. Sie wurde dann anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik verbracht und der Fahrer des Fahrzeuges ist leider an der Unfallstelle verstorben. Ja, das Fahrzeug hatte sich nach unserem derzeitigen Stand mehrfach überschlagen. Dadurch waren natürlich auch die Türen verzogen und entsprechend mit Rettungsgerät, Schere, Spreizer mussten die Türen geöffnet werden, um die Personen entsprechend bergen zu können. Das Abschleppunternehmen ist informiert worden und danach lösen wir auch die Einsatzstelle ab. Dazu können wir so leider nichts sagen, aber die Polizei hat die Ermittlungen soweit aufgenommen.